Ich gehe mal drauf und so, den so eng zusammen, so. Sollte ich ja eigentlich machen, aber auf der Fassertür kannst du die noch ausnutzen. Wenn der Arm hier drauf ist, dann hat der Alex noch eine ganz gemacht. Ja, auf der Fassertür kannst du da arbeiten. Und dann nicht nur von nahe, davor stehen oder seitlich. Ein bisschen hochziehen mit dem Arm, mit der Seite führen. Nicht schuldig deine Hünfte fassen. Weitig deine Tüche auf den Beinen. Aber wichtig ist, dass man diese Fassertür hat. Die hängt so drin, was ich nicht gut finde. Aber ich kann aus der Position den Arm kommen holen. Denk dran, dass ich mich einfach hier wegziehe, geht nicht. Ich muss den Kopf wegnehmen. Den Kopf wegnehmen, Arm nach oben ziehen und wieder rein in den Mann. Ja, also das ist eine schöne kombinierte Übung. Nicht einfach so, sondern den Kopf legen sich wieder vor. Ich glaube, hier ist das. Mach doch mal. Okay.